Guten Tag Leute, also ich tippe für das Spiel Deutschland gegen Slowakei, Deutschland gewinnt mit 2 zu 1. Und was tippt ihr? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. So, ich mache morgen noch ein weiteres Video hier auf YouTube und darüber erzähle ich euch, warum ich letzter Zeit nie Videos machen konnte. Habt viel um die Ohren, das erzähle ich euch morgen in aller Ruhe. Also, macht es gut, bis morgen, tschö. Bis zum nächsten Mal.